Hallo, ich bin Christian und das ist Moritz. Und in diesem Clip möchten wir euch gerne erklären, welche Vorteile das neue Quantimeter im Lexion mit sich bringt. Die Kalibrierung des Quantimeters erfolgt einmalig pro Fruchtart in der Saison. Auf die Eingabe des Hektolitergewichts kann hierbei vollständig verzichtet werden. Über den Menüpunkt Quantimeter kann der Vorgang gegenwiegen gestartet werden. Hierbei misst das Quantimeter die vom Mähdrescher geerntete Menge und ist der Korntank vollständig entladen, kann der Vorgang beendet werden. Die vom Transportfahrzeug zurückgewogene Menge kann dann hier im CeBIS eingegeben werden und der Kalibrierfaktor wird automatisch übernommen. Die Messeinheit des neuen Quantimeters ist einfach zugänglich im Elevatorkopf untergebracht. Durch ein Prallblech, das an der Messzelle angebracht ist, wird die Menge des geförderten Ernteguts erfasst. Sollte ein Reinigen notwendig sein, kann das gesamte Prallblech mit Messzelle einfach über vier Schrauben demontiert und gereinigt werden.